Hahahaha Hahahaha No, du tust dich auch jetzt auf mir alle scheiße geil Kann mir irgendjemand schreiben Ey Leute gehustet, du bist doof Bin ich doof? Und? Okay Guckt euch das Spiel an, das Spiel ist doof MANN SCHLANGE Die Schlange hat mich nie mehr gebissen Ich hab nur ihren Körper berührt Ba- Ey Was hat dich jetzt gerade getroffen, Auffeu- Auffeuys? Im Ernst? Im Ernst, Auffeuys? Im Ernst, ey Ey, ich mein's ernst, Auffeuys Ey Oh, sie ist weg Natürlich verschwindet der Pfeil auch wenn sie stirbt, aber Ha, das ist doch logisch Das ist doch nur logisch, das ist doch vom Spiel so gedacht Das ist doch, äh, was? Was? Leck mich, leck mich Leck mich alle, leck mich alle Alter, du und ja Gut, danke, dafür kannst du mich gerne lecken Hier, Alter Friss mein Schwert, Alter Scheiße, Auffeuys So Okay, gut Hier lang, da lang Schön An brennenden Totenschädeln vorbei Von irgendwelchen riesen Widdern Den wir nie begegnet sind Oh, ey Ich hab auf meinen Bildschirm gerotzt vor Wut mal wieder Ist das ein Scheiß Ah, Bildschirm sauber Ach, leckt mich Leckt, 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 leckt mich Ey, ich hab kein, ich hab sowas von kein Nerv mehr dafür So, mein Stolz Zack Und schreibt nicht irgendwie, Leute Ey, dann benutzt doch Safestates Wenn's dir so schwer fällt Leute, habt ihr irgendwie Stolz? Anscheinend nicht Echt, wenn ihr sowas schreiben könnt Fuck, in den Rücken getroffen Ey Warum, oh man, oh voll, du bist die Hure Du bist echt, du bist es nicht wert, Baby zu retten Lass mich da rein, echt Ich sag jetzt nicht, dass ich's besser könnte Aber ich würd mich auf jeden Fall nicht so dämlich anstellen Ich hätt einen Grund zu sterben Ich würd mich irgendwie in Haaren verrecken Von irgendeiner Lamia Erstmal würd ich mir die Titten der Lamia angucken Weil die läuft ja anscheinend oberkörperfrei dort rum Aber, was auch immer Hallo Lamia, na wie geht's? Altes Haus Ja Ja Okay Ja Komm Danke So Ja, ich bin jetzt ruhig Ich halt jetzt so ungefähr meine Schnauze Weil noch mehr aufregen kann und will ich Und darf ich mich vielleicht auch nicht mehr in diesem Haus hier Cool 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 Cooles Spiel, was ich hier spiele Das heißt, Battle of Olympus Hat ein paar Ehen zerstört Hat ein paar Länder auseinandergebracht Ja, aber Naja Macht Spaß Total Ich mein, ihr hört's ja So euphorisiert war ich noch nie Krass, 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 krass Komm Na Hä, was, wo kommst du her? Achja, hier gab's ja drei Stimmt, war mein Fehler So, die Schlange ist auch weg Ah, herrlich Gut Wie viele Treffer hält Hades aus? Ich weiß es nicht Ich weiß es wirklich nicht Ich hab jetzt aber glaube ich eine Taktik herausgefunden, wie ich Hades irgendwie besiegen kann Ob sie klappen wird? Hm, das bleibt abzuwarten So Nein, oh Gott Junge, Alter 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 Shit Okay Gut Schlangen Gut Ne, ne, ja, 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 gut, gut Dann geh halt Wow, war das knapp Krass War klar War so klar Ein Zentimeter aus dem Screen Aber, naja Ist logisch Hüpf Und jetzt kommt wieder hier die Stelle Und Ah, oh Gott Ah, Gott Herrgott noch eins Jetzt kommt Haschstelle Nummer zwei Geh runter, bitte Gut Gut Und gut Danke Hüpf Hüpf Ah, wir gehen die Treppe ganz langsam und groß runter Oh ja, oh ja, oh ja Oh ja, oh ja Oh ja, oh ja, das tut gut Hüpf So, wir sind da Hades Hallo Baby So, jetzt ist mal Zeit dich zu retten, würde ich sagen, wa Baby Jetzt zeige ich bei dem lieben Herrn Hades, was abgeht Smack eins Und What the fuck What The fuck Oh nein Oh nein Nein, nein, nein Na, probieren können wir es ja, ne Cool Ey Ey Was Ey Alter 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 Komm mir nicht zu nah, Digga Ja Ja Oh du 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 Oh Ohne Heilung Ohne alles Ohne Safe State It's a Funk Royale in the house Yes, ich hab einen Gott besiegt Ich hab Hades besiegt Ich bin Mein Baby, komm her Die Herzen werden aktiviert Ich hab's geschafft Die Kraft der Liebe Baby Komm in meine Arme Warum hast du schon so geile Netzstrümpfe an Oh Funk, du hast Hades geschlagen Du hast überlebt Durch Unzählbare Harze Zeiten Nur für mich Und ich würde Ich würde gerne meine unglaubliche Dankbarkeit ausdrücken Hier, heb meinen Rock hoch Ich bin rasiert Einfach nur Dass es möglich ist, dich wiederzusehen ist Wie ein Traum, der wahr wird Lasst uns Gemeinsam zurückkehren Zu unserer Friedlichen Stadt Elvis Elvis Ja Baby, komm her So sah der Held niemals aus Das soll der Held sein? Ich meine die Freundin? Okay, nehm ich in Kauf Na klar, die Sonne geht auf Ich hab das Spiel geschafft Ich hab das Spiel geschafft Ein sau, sau schweres Spiel Ich hab es geschafft Ich bin so gut Einer der Besten Let's study La di da di Guckt euch das an Und der Rock weht, dass man fast die Poritze sehen kann Ach wie herrlich Ach wie schön Ein verdienter Sieg Ein kleiner Einblick in eine Poritze Njam, 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 njam So, passiert dir noch irgendwas? Die Sonne wird immer heller Wir verbrennen Wir kriegen Sonnenkrebs Sonnenkrebs? Naja Egal Ah, Szenario von Ist mir egal Äh, mein Resümee Schönes Spiel Musikmäßig Genial Eine der oberen Gehört zu den oberen Spielen Musikmäßig, find ich Ähm Schwierigkeitsgrad mäßig her What the fuck Whoop-di-doo Ähm Verdammt schwer Scheißen schwer Also Ich würde mich da niemals nochmal ransetzen Niemals im Leben Hab ja eben grad am Ende schön geschrien Ja Und Ah, Musik bei K-Sava Wunderbar, wunderbar Ach ja, ich hab die Musik schon bei mir auf dem Rechner mittlerweile Das heißt, ihr müsst mir nichts mehr schicken Aber dankeschön Ähm Was ist das für ein Grafikfehler? Produziert von Grafikfehler? Bin ich einfach so wenig wert, dass ich nicht erfahre, wer das Spiel produziert hat? Was soll das denn? Was soll das denn? Oder heißt die Firma so? Grafikfehler Präsentiert von Infinity Grafikfehler Hä? Ja Auf jeden Fall Geiles Spiel Doch, hat wirklich Spaß gemacht Muss ich sagen Oh, das Ende Ich muss mir selber applaudieren Funk-Oyal Funk Also Funk-Twist Uh, Zugabe Uh, bravo Ausziehen Ja Ich hab's geschafft, Leute Mein nächstes Let's Play Ähm Yoshi's Story zu Ende Und danach kommt eine Überraschung Na, mal gucken, inwieweit das eine Überraschung ist Funk-Royale hat euch lieb Over Oh, what? Nein, doch nicht Was denn nun? Da-di-da-di Geht jetzt nochmal die Sonne auf? Die Sonne geht nochmal auf Na, das wär spannend Das heißt, wir können's uns nochmal angucken Gut, egal Funk-Royale Battle of Olymp- The King of Olympus Over And Out Die Sonne geht nochmal auf 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 Vielen Dank.